Boah, Riesenpilz, meins. Ich mag's gern auf der Pizza, so, ey. So, und dann hier hoch. So. Ne, findest du? Böses Ding. Einfach durch, das mach ich auch immer, ist kein Ding. Nein! Nein! Nein, das ist scheiße. Nur weil ich mich hier zu lange aufgehalten habe, ey. Das gibt's nicht. Hauptsache, hier kommt man auch so hin, ne? Ey, nee, das ist lebsch. Das ist echt lebsch. So, Leute, willkommen zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Und zwar werde ich New Super Mario Bros. 2 für den Nintendo 3DS spielen. Und ich würde sagen, ich fackel mal nicht lange rum und fang einfach an. Dazu muss ich erstmal die ganze Welt hier löschen. Und es geht so, ganz genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, Matt, äh, ich dachte, du wärst ne völlige Niete in Mario. Wieso hast du dann diese ganzen Münzen dort? Und what the fuck, was ist das? Ja, ähm, das ist der Spielstand meines kleinen Bruders gewesen. Der ist ein kleiner Mario-Suchti. Und ich dachte mir jetzt, komm, mit dieser Mario-Schiene, also mit New Super Mario Bros. 2, wirst du jetzt diese Mario-Schiene auf deinem Kanal, ähm, ein bisschen einleiten. Und falls euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da und, äh, ja, find ich cool. Oh, geil, die klatschen für mich. Ja, so kann man's vermasseln, ja. Ladies and Gentlemen, meine Skills in Mario. Perfekt. Perfekt, oh, geile Scheiße. Jetzt haben wir auch so ein grünes Ding. Äh, nein, mein Ding ist nicht grün. Oh Gott, wie ekelhaft das wäre. Nein, Matt, hör auf, so pervers zu reden. Das verstört deinen Abonnenten. Äh, auf so eine Art und Weise. Alter, du, 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 du kannst schon hier hinkommen. So ist es jetzt nicht, ne? Nein, nein, nein! 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 Yes! Ich hab zwar die letzte Starcoin nicht, aber ich hab das Level geschafft. Ohne Witz, ich bin hier ziemlich leiser. Ich glaub, das liegt daran, weil ich einfach so schlecht in dem Spiel bin, dass ich einfach nichts auf die Reihe kriege. Ey, das geht gar nicht, ne? So, äh, gut. Letztes Level, ich würd sagen, ab dafür, ne? Na, das Projekt wird echt nicht lang, nee. Es wird eher ein Kurzprojekt. Kurz. Nein! Oh Gott, das war jetzt wirklich niveaulos. Matt, du hast offiziell das Niveau erreicht. Congratulations! Komm, letztes Level. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir! High Speed Naruto Style Action! Jutsu des schnellen Gehens. Was war das denn? Hast du mir grad deinen Arsch gezeigt, ey? Ey, hast du mir grad deinen Arsch gezeigt? Warte mal, ich brauch jetzt genug Anlauf. Nein! Nein! Ihr scheiß Fische! Ey, ihr missgeboten Fische! Mann, ich krieg die Starcoin nicht. Was ist das? Oh, nein! Oh Gott, du bist so ein Spastig, ey. Das Spiel macht mich... Das Spiel... Das macht mich fertig. Ey, ne? Ist das jetzt dein Ernst? Ey, ne? Ich tick gleich aus. Ich tick gleich aus. Nein! 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 Ich sag... Fuck! Nein, ich hätte es fast geschafft. Scheiße! Diese Missgeburten! Nein! Fuck! Nein! Nein! Scheiße! Fuck! Komm, nochmal. Nochmal. Ich hätte es fast geschafft. Jo, geil! Jo, geil! Nochmal alles von euch! Yeah! Ich krieg die Gräse. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr!